Hallo, 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 heute spielen wir Lotti Karotti, nö, Flotti Karotti, genau, Flotti Karotti haben wir schon mal gespielt, jetzt spielen wir Flotti Karotti, also es geht's, brauchen wir euch glaube gar nicht erklären, ihr kriegt das jetzt dann gleich mit, wenn das geht, sonst dauert es lang, wir fangen gleich an, ab geht's, komm, müssen wir uns hinstellen, auf jeden Fall gewinnt der, der nachher am meisten Karotten hat, ja, also ich beginne mal, leise, sonst habe ich nichts, andi hallo, habt ihr lust mit mir zu spielen, ja Okay. Such meinen Freund Anton Apfel. Apfel. Schlossel. Ja! Du musst ihn zeigen. Du musst fei- Melee hat ihn. Du nicht. Du nicht. Blasier zwei. Ich krieg auch einen. Melee kriegt einen, weil ich ihn gefunden habe. Was bist du Melee? Ich bin... Und ich, weil ich die Karotte gefallen habe. Ich bin rot. Okay. Das war auch nochmal rot, aber... So. Genau. Ich bin blau. So. Oh Gott. Hey! 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 So! Jetzt beruft meinen Freund Simon Salat. Salat! Oh mein Gott. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hab ihn! Ich 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 hab ihn jetzt gleich für dich geblieben! Das interessiert ja nicht! Du bist zu nah. Ich hab ihn! 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 Hier Papa! Es ist hell und dunkel! Warum? Es ist wieder zu weit. Drück meinen Knopf! Alle Hasen tanzen! Yeah! Yeah! Oh Gott! Oh Gott! Warte! Such meine Freundin Katsi Kartoffel! Kartoffel. Kartoffel! Kartoffel! Du hast Ich mag richtigинаad. Ungewagues Meilen? Wie das war? Wie? Stille. Die Kartoffel Ha! Solche du Hartzer! Die Buick stelle auf den Kopf. So. So, gell? So? So? Ja. Ich krieg eins! Okay, ich krieg auch eins. So. Nochmal. Oh nein! Nein! Genau. So. Du und meinen Freund Bruno Brokkoli. Ah! Verziehe! Ah! Hier. So. Asenstar, liege einen Karossensack in deinem Fass. Achtung! Drei Köpfel, ich verfreulich in die Luft! Und... Juhu! Das ist Mist! Ich krieg auch Heisenchips. Und leg meinen Freund zurück. Die Damen haben drei Köpfels zu haben. Und alle Hasen hüpfen. Hopp, hopp, hopp! Was hüpft jetzt? Ja! Komm, und du hast noch... Oh! Sucht meine Freundin Tina Tomate! Wer die Tomate findet, ist mein Knopf. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ähhh! Zeit! Lege einen Karottenkipp in dein Fass. Achtung! Gleich hüpfe ich mal frei in die Luft! Puh! Jetzt hat mich die Kraft verlassen. Lass die Ohren nicht hängen! Drückt meinen Knopf, um weiter zu spielen! Ah, die Kraft hat mich verlassen! Tanzen! Yeah, yeah, yeah! Hasentanz! Ich kann's den Öl so reichen Kranz! Und? Sucht meine Freundin Paula Paprika! 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 Pupsi! 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 Oh! Pupsi! Pupsi! Oh! Es ist echt eine Paprika! Knapp! Was? Mach хu腐en stark! Lege eine Karottenkipp in dein Fass. Achtung! Drei Hüpfe ich verfreit in die Luft! N對對! Also... Ich hab gesagt, sie sprich in die Luft, du bist nicht da dran! Nein, ich mag gar nicht mehr! Also, alleine kann ich. Alle Hasen hüpfen. Auf einem Bein. Yippie, ja, ja. Warte. Kula. So. Mein Freund Konrad Knoblauch. Wer den Knoblauch findet, hat meinen Knoblauch. Wie sieht's? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ah, okay. Was ist Knoblauch? Ah, so stark! Liege einen Karottenchip in deinem Pfad. Ja, ich kann das sonst... Also, aber du musst schon weit weg bleiben, Maus. Der springt so brutal, ja. Ooooooh. Hör mal auf. Hör mal auf. Ah, dieser war viel schneller. 4, 4, 4 haben wir jetzt. Ja. Das Spiel ist vorbei. Das habt ihr super gemacht. Seht eure Karottenchips. Es gibt auch... Es gibt auch... Es gibt auch 2 Gewinner, hab ich glaube. Ja, in dem Fall gibt's sogar 3 Gewinner, meine Lieben. Ich hab... Ich hab auch 4 Karotten. Ich hab auch 4 Karotten. Ich hab auch 4 Karotten. Ich hab 5 Karotten! Ehrlich? Juhu! Oh, nee! Dann hat Mama gewollt. Ich hab 5 Leute! Hört beschissen. Bestimmt. Nee, nee. Passt schon. Okay. Okay. Wie ganz Spaß das Spiel finde ich. Ja, nicht das Spiel? Ja. Aber schweißtreibend. Ja? Dann machen wir ein bisschen Sport. Also wenn ich das nächste Mal spiele, zieh ich gleich meine Pullover aus. Ja, das war jetzt meine gute Wahl. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir es für euch gespielt. Mama kann ja auch besser singen wie wir. Warum? Ich bin alt, ich kann nicht singen. Nein, weil Mama hat größere Arme fast. So richtig große. Schau mal. Und dann kann man besser singen wie wir. Okay, also gut. Also ihr Lieben. Also gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.